Euer Wellauf23, herzlich willkommen zu dem Let's Show The Marriott House. Ein Kreativprojekt von mir und Kreativ mit Klaus. Ich wurde inspiriert von einer Folge der drei Fragezeichen Haus des Schreckens. In dieser Folge ging es in der Nebenstory darum, dass die Erbin des Ventchester Vermögens abergläubisch war und glaubte, dass sie heimgesucht wird von allen, die von einer Ventchester erschossen und ermordet worden sind. Und ein Medium hat ihr vorgeschlagen, ein Haus zu errichten, das so verwirrend ist, dass die Geister sie niemals finden würden. Das bedeutet, tausende von Wegen und nutzlose Abzweigungen, Räume in den Böden oder Decken, Treppen, die ins Nix führen, Türen, die ins Nix führen, Fenster vorm Mauern. Es ist mit Abstand das schrägste Haus, das ihr garantiert je bei Minecraft gesehen habt. Und ich wünsche euch bei diesem Let's Show jetzt viel Spaß. Ich werde euch mal nicht alle Details erzählen, dann bräuchte ich Stunden, das Haus ist riesig. Genießt einfach das irreste Minecraft Haus ever. Viel Spaß, bis dann. Viel Spaß, bis dann. Viel Spaß, bis dann. Viel Spaß, bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Let's show Bell of 23 in Kooperation mit Kreativ mit Klaus The Marriott House. Inspiriert von die drei Fragezeichen Haus des Schrecken. In dieser Karte kann man wunderbar stundenlang mit vielen Leuten ein schönes Deathmatch abhalten. Überall versteckt sind überall versteckte Kissen, Waffen, Lebensmittel. Es gibt Infrastruktur, es gibt draußen Tiere, man kann sich versorgen, man kann sich verstecken. Ich gönne euch jetzt noch ein paar schöne Bilder und wünsche euch dann einen schönen Tag noch auf euer Bell of 23. Tschüss und auf Wiedersehen.